Wie denn was richtig ausgeführt wird, wenn es in den Filmen richtig ausgeführt wird. Gut, Emma wird die Ohren spritzen, wenn sie sie jetzt gehört hat. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie hier waren. Ja, nach diesem Stück Lebenshilfe gibt es bei uns jetzt wieder Musik. The Congress, eine junge Bremer Band, die war vor ein paar Wochen im Hörfunk drüben bei Bremen 4. Und da haben sie gesagt, sie würden gerne auch mal öffentlich in Bremen auftreten. Das war eine ganz miese Musikszene eigentlich hier in Bremen. Und da haben wir gesagt, wenn Sie zum Zwutsch wollen, sollen Sie kommen. Haben Sie gleich noch während der Sendung angerufen und jetzt sind Sie hier. Aber das ist ja erst der erste Teil. Denn Sie haben sich auch über das Bremer Publikum beschwert, haben gesagt, die Bremer sind ganz steif, machen nie mit. Und das wäre jetzt heute Abend Ihr Job, ein bisschen mitzumachen bei No Escape von den Congress. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Applaus Applaus Ja das ist ja tierisch, sagte hier gerade jemand hier im Studio und das stimmt auch wirklich, denn endlich ist das die Lösung dafür, die Leute die ein Tier haben, das Tier aber doch so ungern alleine lassen ist, aber alleine lassen müssen, weil sie vielleicht hier arbeiten müssen Und nun ist nämlich die Musik fürs Tier, da Musik für Tiere, hier für den Hund, damit er nie mehr...